So, hey ho und willkommen zurück in der Bank. Ich bin immer noch dabei, hier die Schließfächer zu looten. Und ich muss wieder meinen Timer einsetzen. So, wir wollen uns aber gleich erst mal primär um Schließfach Nummer 7 kümmern, weil da ist die Kombination für den großen Tresor drin. Wow, das sieht nach viel aus. 20 Münzen und nochmal 5. Nicht schlecht. Der Besitzer von Schließfach Nummer 21 wird sich ziemlich grün und blau ärgern. Okay, jetzt muss ich aber echt mal gucken, dass ich an diesen dämlichen Kameras hier vorbeikomme. 27. Kleinen Moment. Oh Gott, die ganzen Dinger hier kann ich noch aufmachen. Nein, nicht Schlosskracken, nein, die Kamera wird mich... Ich habe Angst. Diese Kameras sind doof. Okay, wenn die sich wieder rumdreht, kann ich da getrost mein Schloss öffnen. Hoffe ich. Los, los, los. Komm, schnell, schnell, schnell. Zack. Und zack. Und zack. Bingo. Schnell, schnell, schnell. Jai, danke. Hui. Ha. Oh. Ja, die kann man leider weder mit Gaspfeilen noch mit irgendwas anderem ausschalten. Das ist echt blöd, finde ich. Echt blöd. Interessant, die hat mich nicht bemerkt. Ernsthaft jetzt? Oh, Moment mal, ist das eine Flamme da drin? Ich möchte mal ganz kurz was ausprobieren. Bingo! Wie geil! Oh yeah, jetzt bin ich unaufhaltsam. Jetzt, jetzt habe ich's. Ja. Bingo! Geil. Zack und zack. Nooo, ich war zu übermütig. Puh. Puh. Oha. Wie geil. Wie geil. Ich kann die scheiß Teile ausschalten. Oh yeah. Aber das Licht kann ich leider nicht ausschalten. Komme ich von hier aus dahin? Schaffe ich das? Ich weiß es nicht. Ich kann's versuchen. Speichern. Lichtschalter! Nein! Komm schon! Scheiße! Kann man nicht ausschalten! Aua! Nein! Warum ausgerechnet die nicht? Ja, ich weiß. Du hast mich entdeckt. Scheiße. Ach Mann! Ausgerechnet die! Ach blöd. Aber hier... Au! 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 Hi! Schreck! 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 Holy shit! Okay, fünf, sechs, drei... Ah, Mist. Sieben ist da vorne. Jetzt muss ich... Also... Ach man... Ich hätte da oben hergemusst, richtig? Ich hätte da oben hergemusst, richtig? Okay, einmal noch! Jaaaa... Okay. Hopp und hopp und bäms. Ah, Mist. Ausgerechnet die kann ich nicht ausschalten. Das ist echt blöd. Oh! Was ist das? Okay, schnell! Schnell, schnell! Ganz schnell! Falle! Nein! Aua! Falle! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Ich habe es durchaus bemerkt, danke. Es gibt doch noch etwas Gutes in dieser Stadt. Was? Was denn? Den Duft eines geknackten Tresors zum Beispiel. Zum Beispiel! Sehr schön gesagt, Garrett. Sehr poetisch. Klasse Nummer sieben. Einmal. Zweimal. Dreimal. Oh, oh! Nein! Warum hat sie mich entdeckt? Aber warum? Zumachen. Und Tschüss. Doofes Ding! Okay, jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken. Jetzt habe ich nämlich die Kombination für die Tresor. Tresorraum Einstell... Eines der Einstellräder macht mal wieder Zicken. Bitte sofort reparieren. Was für Einstellräder meinen die man? Die letzte Ziffer ist unleserlich. Wartet. Dresor-Kombination. Da! Zweites Einstellrad. Von 8 auf 3 geändert. Heißt? 6, 8. Das zweite Einstellrad war auf 8. Ist jetzt 3. Das heißt 6, 3. Und die dritte muss ich dann rausfinden. Okay. Kriege ich hin. Könnte nur ein bisschen schwierig werden, wenn dieses Ding mich da die ganze Zeit beobachtet. Die Fallen kann ich leider nicht entschärfen. Das heißt, ich muss irgendwie da durchkommen. Oh! Ah! Au! Mano! Das tut doch weh! Ich hätte auch außen rum gehen können, habe ich gerade gemerkt. Ah! 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 Da ist irgendwie eine Möglichkeit, dass ich diese dämlichen Dinger... Warum funktioniert das bei dem nicht? Warum kann ich bei dem dieses Lämmchen nicht löschen? Ich will aber doch so gerne... Geht das vielleicht schon oben? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Speichern. Dringend. Kusch. Schau weg. Hi. Ähm. Ja. Ah, hier. Bingo. Äh. Was war das jetzt? Sechs? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oder auf dreigende... Zum Glück konnte sie niemand auswendig. Oh ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht gut geht. Dann wollen wir mal was von Lady Hudnalls Konto abheben. Was zum... Scheiße. Ach, das ist doch gemein. In... In... Sanno... Okay, genau genommen sind es nur drei und ich glaube, die kann ich sogar ausschalten. Richtig? 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 Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Es sah auf den ersten Blick schwieriger aus, als es wahrscheinlich am Ende ist. Hoffe ich. Au, 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 au. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich mache ja schon. Holy shit. Okay, blau. Blau heißt gut, richtig? Blau heißt, ich kann damit was anfangen. Oh, hallo. Gesundheit. Upsa. Hm. Da unten. Da unten, da oben, hier und da noch. Wie gemein. Das heißt, ich komme da gar nicht rüber, ohne gesehen zu werden, oder? Was soll denn, ich gehe hier drüber. Hallo? Höhö, ich bin in der Vorhang versteckt. Etchibetsch. Okay. Halt! Falle. Böse Falle. Gemeine Falle. Zack. Da ist auch eine. Scheiße. Wie komme ich denn jetzt wieder hier weg? Oh, oh, oh. Nein. Nicht gut. Huch! Oh, nein! Ah, verdammt! Oh, ist das fies. Oh, ist das gemein. Ah! Ah, Mann, oh! Das ist fies! Das ist fies! Mann, oh! Ah! Okay, das muss ich der Bank lassen. Dann wollen wir mal was von Lady Hutnels Konto abheben. Das ist gemein. Ich war so nah dran! Eigentlich nicht, aber es wäre ein schönes Gefühl gewesen, nah dran gewesen zu sein. Okay, komm her. Ähm. Hier kann ich lang. Kann ich da lang? Ich weiß es nicht. Kann ich die auslachen? Ich kann jetzt rausfinden, ob ich die ausschalten kann. Kann ich! Sehr schön! Okay. Sind ja auch noch welche? Nein. Aber? Falle. Ja, danke. Habe ich jetzt auch gesehen. Kann man die irgendwie entschärfen? Oh! Ähm. Lieber vorher speichern, bevor jetzt hier wieder irgendwer versucht mich zu töten. Oh, jetzt habe ich sie wieder zu. Egal. Dann können wir wenigstens keiner hinterher. So. Lady Wessen Konto? Ist das nur eine Bank für eine Person? Blödsinn. Ah, eine Bürgschaft. Noch eine! Hui! Das ist ja richtig lukativ. Oh! Oh! Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Hallo, mein Freund. Und gute Nacht. Gib mir. Bitte Wasserpfeile. Nein? Auch gut. Ich könnte noch ein paar Wasserpfeile gebrauchen. Damit ich die Viecher auch ja alle ausschalten kann hier. Vase. Hallo. Na, so komme ich zumindest auf die andere Seite. Ohne, dass ich über diese komischen Fallen überall drüber muss. Schlossknacken. Oh, nice. Gut, dass ich die Babys abgeschaltet habe. So. Aufmachen, bitte. Danke. Oh. Ich frage mich, woher das alles hinsteckt. Okay, ich würde dann hier jetzt gerne wieder raus. Danke. Und bitte an die Fallen denken. Mann! Ich will da aber rüber. Ich kann doch springen, oder? Kann ich nicht springen? Von da oben vielleicht? Nein. Hm. Oh. Ups. Oder? Oh. Ups. Oh. Oh. Blau bedeutet, da kann ich drüber. Oder was? Huh? Das führt nach da oben. Das führt nach da. Das führt nach da hin. Und das nach... Da oben. Ich bin etwas verwirrt. Funktioniert das so? Ähm. Offensichtlich nicht. Ah, wartet mal. Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Danke. Das heißt, ich muss das hier aktivieren. Dann außenrum. Darüber. Um das zu aktivieren. Aber ich darf nicht über die blauen Dinger drüber. Ey! Nicht wieder zurück! Ich... Hä? Och, Mann! Muss ich nur schnell sein? Keine Ahnung. Ich versuch's einfach mal. So. Und... 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 So. Nee. Ähm. Entschuldigung. Aua! 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 Ach, der Raum ist scheiße, Mann. Ich check das nicht. Ich bin zu blöd für sowas. Das ist rot. Vielleicht... Da kommen dann... Aber... Wo kommt denn da was raus? Was passiert denn dann? Da dürfte eigentlich gar nichts passieren. Hier ist doch nirgendwo was. Oder doch? Speichern. Aua! Okay, es passiert doch was. Aber egal. Ich kann jetzt die Dinger hier looten. Immerhin. Ganz viel, ganz viel. Gib mir das. Lala! Lala! Siegel der Wache. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Wie das? Gut, dass ich noch ein bisschen Nahrung und den ganzen Driss mitgenommen habe. Hm. Ah, da ist doch was. Haha. Lustig. Äh... Ich müsste doch irgendwie da hoch können, oder nicht? Oder nein? Oder doch? Äh... Wahrscheinlich nicht. Ah! Autsch. Hm. Ich muss bestimmt nach oben. Irgendwas muss man da oben doch sicherlich noch machen. Okay, hier passiert nichts. Ein Schalter! Kann man damit das Ding wieder öffnen? Wahrscheinlich. Hui. Ah! Au! Ach, ich hab die scheiß Fallen vergessen. Ach, ich war ja jetzt hier oben noch gar nicht. Hahaha. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Die sieht mich tatsächlich nicht. Okay. Sehr schön. So soll das auch sein. Habe ich immer noch die Wasserpfeile? Ja. Dreh dich rum, dreh dich rum, meine Liebe. Dreh dich rum. Und geduscht. So, jetzt fehlt's nur noch du. Bitte nicht entdecken, bitte nicht entdecken. Nein, hier habe Angst! Manio! Und Puff. Sehr schön. Keine Kameras mehr übrig. Nur noch Fallen. Die mir trotzdem ziemlich auf den Piss gehen. Weil ich keine Ahnung habe, was ich machen muss. Mann. Ah, hier. Ruhig da hinten. Falle? Falle, Falle? Nein, keine Falle. Nur ganz viel zum mitnehmen. Hä, war ich hier nicht schon? Nein, das war unten. Das sieht nun gleich aus. Ne, sieht alles gleich aus. Äh, was war er, blau? Äh, was war er, blau? Könntest du das ein bisschen schneller machen? Ich habe es etwas eilig. Ich bin hier nämlich gerade in der Frisur einer Bank, musst du wissen. Aber wenigstens habe ich die Kameras ausgeschaltet. Weg! Gib mir das. Das nehme ich auch noch mit. Mann, warum ist jetzt die Sonne wieder da? Jetzt sehe ich wieder nichts mehr. Mann, oh. Jeder andere freut sich über so eine Gamer nicht. Buchprüfung. Ein Dokument. Dokumente sind schön. Dokumente sind was tolles. Die kann man lesen und die helfen einem weiter. Ui. Keine Ahnung, ich will das doch Münzhaufen. Nice. Oh. Ach ne, das ist nur eine Bürgschaft. Gib mir das. Und gib mir das. Und gib mir das. Brief an den Buchprüfer. Okay, dann habe ich jetzt erstmal was zu lesen. Und das mache ich hier drinnen, weil hier drinnen gibt es nichts, was mich umbringen kann. Hoffe ich. Buchprüfung durch den ehrenhaften Swallow, was auch immer. Anders als offiziell verlautbart, muss die Stadt als unmittelbar vor dem Bankrott stehend betrachtet werden. Die innerhalb ihrer Mauern verbliebenen Reichtümer sind der streng bewachte persönliche Besitz derer, die den offiziellen Stellen längst nicht mehr vertrauen. Eine umsichtige Behandlung dieses Problems in dem Viertel Layport ist unerlässig. Sollten die, hier. Sollten die Verhandlungen mit Quellen von außen weiterhin derart schleppend verlaufen, bricht unser Wirtschaftssystem binnen eines Monats zusammen. Die Empfehlung, weitere Schritte einschleiten, bleibt bestehen. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was mir das sagen soll. So, ich muss protestieren. Wenn das Volk davon erfährt, kommt das mit Sicherheit zu dem von euch befürchteten Aufruhr. Es wird für mich zunehmend schwieriger, die Mitarbeiter bei ihren alltäglichen Aufgaben fernzuhalten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand im Tresorraum die schreckliche Wahrheit entdeckt. Schreckliche Wahrheit? Ich würde einen Ratschlag von euch in dieser Sache sehr begrüßen. Meine Ansicht nach erkennt der Baron den Ernst der Lage nicht. Mit nervösem Gruß. Achso, das ist, das ist, ach, okay, verstehe. Irgendwie nicht. Oh, hey! Wo kommt der Mon her? Okay, offensichtlich gehen die davon aus, dass ich viel von dem Zeug verbrauche. Was ja auch nicht ganz falsch ist. Nein! Geht da drauf. Ähm. Falle. Aha! Ja, danke, ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich da hin muss. Ich will da ja auch gerne hin, aber... Ah! Ah! Bingo! So. Oder? Ich hoffe. Vielleicht. Eventuell. Mach da. Einmal. Pfi! Du gehst nicht mehr zurück, ne? Nein? Sehr schön! Ich glaube, ich hab's herausgefunden. Ich glaube. Ich glaube. Mhm. Mhm. Ist er wieder zurück? Er ist wieder zurück. Aber so schnell kann man das doch gar nicht schaffen. was wollen die denn von mir mit Waarom? Hm. Hm. Äh! Da... Da... Ja... Ich hab keinen Plan was ich hier tun muss. Ich will doch nur da daheim Toll, es gibt eine Menge Schalter Es gibt eine Menge Fallen Irgendwie sind die einen Druckplatten gut Und die anderen nicht Hätte ja klappen können Hm Cool, der Part ist vorbei und ich hab nichts geschafft Ich versuch's beim nächsten Mal Mann, oh Das ist gemein Nein, das ist eine Falle, richtig? Ja Ach Mann Die sind alle scheiße zu mir Oh Weiß ich denn das? Wartet, das will ich jetzt noch wissen Oh mein Gott Das ist doch jetzt nicht euer Ernst Ernsthaft? Ernsthaft? Das war die Lösung? Nein Ihr seid doch alle scheiße Ihr seid alle scheiße seid ihr, wisst ihr das? Ja Das war die Lösung Holy shit Ich bin schlimmer als das Feuer, meine Freunde Wow Das war mir klar, das war mir klar Das hätte ich nicht tun dürfen Richtig? Das hätte ich nicht tun dürfen Komm schon, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier Raus hier Das ist gefährlich Das ist gefährlich Oh Oh Ähm Puff Oh, die Kamera Die Kamera Warte mal Moment Ist jetzt der Natürlich ist jetzt der Alarm aktiviert Ich hab diesen scheiß Tresor ausgeräumt Ach Warum war mir das klar? F5 Und Die Flucht laden wir beim nächsten Part Wir haben's doch noch geschafft, Freunde Nach viel Hin und Her und viel Verzweiflung Aber das ist mir jetzt egal Ich kann nicht speichern? Ich kann nicht mal Okay, dann muss ich das wohl noch zu Ende spielen Aber erst im nächsten Part Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Tschüss